Jeder, der E-Mails verschickt oder soziale Netzwerke im Internet nutzt, muss offenbar damit rechnen, dass der US-Geheimdienst NSA ihn dabei ausspioniert. Jetzt werden in dem Überwachungsskandal neue Vorwürfe laut. Wie die Washington Post berichtet, soll die NSA hochgerechnet pro Jahr rund 250 Millionen Datensätze aus privaten Adressbüchern, aus Freundschaftslisten, aus Kurznachrichtendiensten abgreifen. Die Zeitung beruft sich auf den ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter Snowden und auf Berichte über eine interne Präsentation des NSA.